Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel! Mein Name ist Felix Beilharz. Ich bin Trainer, Berater für die Themen Online-Marketing und Social-Media-Marketing. Heißt, ich berate, trainiere Unternehmen, wie sie sich eben im Social-Web oder eben generell im Online-Marketing besser präsentieren können, mehr Kunden erreichen, mehr Reichweite produzieren. Auf diesem Kanal hier gebe ich regelmäßig Tipps und Tricks weiter. Ich werde hier Interviews posten, ich werde Tipps und Tricks posten, kurze Videos posten mit Anleitungen für Unternehmen im B2B-Sektor, aber auch im B2C-Sektor. Also wenn Sie diese Tipps haben möchten, regelmäßig davon profitieren möchten, abonnieren Sie meinen Kanal, dann kriegen Sie die neuesten Videos mit den aktuellsten Tipps immer auch direkt in Ihren Channel eingespielt. Würde mich freuen, Sie als Abonnenten meines Kanals begrüßen zu dürfen. Meinen Blog finden Sie unter www.felixbeilharz.de. Auch da regelmäßig neue Blogbeiträge mit aktuellen Online-Marketing-Themen und immer vielen praxisrelevanten Tipps. Vielen Dank und bis bald!